Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge sprechen wir über den Crypto-Verteiler Nexo, wir sprechen über die Bucked Futures Exchange, über Coinbase, welcher fälschlicherweise Passwörter in Cleartext gespeichert haben soll und dann sprechen wir noch über Secoin, das nun sehr populär in Thailand ist. Springen wir gleich in diese erste News Story und zwar geht es um Nexo. Nexo, die Kryptofirma, bei welcher man Krypto ausleihen kann, Kryptokredite vergeben kann. Ein ähnliches Modell wie Crypto.com, über welches ich ja bereits eine Analyse gemacht habe und jetzt mit Nexo, habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, ist zum Teil sehr beliebt bei den Leuten. Ich kann auf Wunsch auch gerne eine Analyse über Nexo noch machen, falls gewünscht. Aber die Nachricht hier ist, dass Nexo bis jetzt 2,4 Millionen US-Dollar in Dividenden bezahlt haben soll. Das kommt etwa auf eine jährliche Dividendenrate von 12,7% und das ist eine beträchtliche Summe. Also für all die Leute, die im Aktienmarkt investiert sind, die im Immobilienmarkt investiert sind, Obligationen etc. Grundsätzlich spricht man im Aktienmarkt, sagen wir von 5 bis 8% oder 5 bis 10% so etwas, je nach Aktiensituation und da sind die 12,7% natürlich ziemlich beträchtlich. Jetzt, wie funktioniert das Ganze bzw. wie soll das Ganze aufrechterhalten sein? Bei Nexo werden diese Dividenden durch zwei Teile gedeckt. Der eine Teil kommt durch diese Nexo Base Dividend, also die Grunddividende und noch eine Loyalty, also eine Loyalitätsdividende. Und Nexo möchte eben, dass die Leute die Gelder langfristig bei Nexo behalten. So machen sie natürlich in der Zwischenzeit auch entsprechend Geld. Sie nehmen diese Kryptos, werden die wahrscheinlich in Produktform weiterverkaufen, also ähnlich wie eine Bank weiterleihen oder für teurer verleihen und euch dann entsprechend eine Dividende ausbezahlen. Für die Leute, die sowieso Kryptos halten und entsprechend dieses Modell mal nutzen möchten, wie gesagt, ich kann auch gerne noch eine Analyse dazu machen. Nexo hat auch eine Mastercard rausgegeben, also eine Kreditkarte, mit welcher man eben auch Kryptos ausgeben kann. Beziehungsweise ist ein kleiner Clou dabei, man gibt eben nicht direkt die Kryptos aus, sondern die Nexo Mastercard gibt eine Art Kreditvorschuss. Das heißt, ich bin in einem Laden, zahle 50 Euro oder eben 50 Euro äquivalent in Kryptos, aber es werden nicht meine Kryptos bezahlt, sondern die Kryptos sind weiterhin investiert, mit denen kriege ich auch entsprechend Dividende. Ich kann aber zu jedem Zeitpunkt diesen Kredit zurückbezahlen. Das kommt natürlich mit einigen Einschränkungen, also ihr könnt euch schon denken, was das für Probleme mit sich bringen könnte, aber Nexo verkauft dieses Modell dementsprechend so. Also grundsätzlich spannend, ich würde gerne noch eben, wie gesagt, auch den Vergleich zu Crypto.com noch machen, aber das wahrscheinlich in einer separaten Analyse. Morgen übrigens kommt die Holochain-Analyse, wenn ich das Community-Voting richtig gelesen habe, dann ist Holochain am meisten gevotet worden. Das heißt, morgen machen wir wieder mal eine Analyse, dann geht es um Holochain. Wir springen aber in die nächste News-Story und zwar geht es um Bucket, die Futures Exchange bzw. Futures und Kryptobörse aus den USA. Ich glaube, die auch zusammen mit der New Yorker Börse gegründet oder mit New Yorker Börse als Investor gegründet worden ist, soll am 24. September, wenn ich das richtig sehe, also 23. September, entschuldige, den offiziellen Handel beginnen. Das bedeutet, dass man dann Gelder einzahlen kann, dass man dann bereits die Depots aufladen kann und dann langsam mit dem Handel entsprechend anfangen kann. Jetzt, wieso ist das eine wichtige Sache bzw. wieso sprechen die Leute immer wieder von Bucket? Bucket soll die erste regulierte Futures-Börse neben der CME und CBOE sein und an die CME und die CBOE, das sind so die grossen Futures-Märkte und an die kommen eben nur gewisse Leute hin. Und jetzt mit Bucket sagen eben viele Leute, ah, jetzt kommen so die ganz grossen bzw. die, die lange darauf gewartet haben, das offiziell auf einer regulierten Börse entsprechend handeln zu können und jetzt kommt eben dementsprechend Bucket. Der Bitcoin-Preis hat natürlich auch sofort reagiert. Wir sind von etwa 10, 10, 2 auf sofort 10, 6 gestiegen und das ist grundsätzlich eben genau die Nachricht kommt raus. Die Leute sind wieder gespannt, was das bringen soll und dann entsprechend springt der Preis an. Jetzt kommt sogar noch weiter, Coinbase, die Kryptobörse aus den USA, sagt, dass momentan jede Woche zwischen 200 und 400 Millionen US-Dollar an Kryptoeinlagen eingezahlt werden und die kommen von institutionellen Kunden. Jetzt haben wir ja lange gesagt, ja, die institutionellen kommen, sie kommen, sie kommen und dann wird der Bitcoin-Preis endlich steigen, aber es scheint so, als wären sie schon hier und würden entsprechend die Zahlungen langsam tätigen. Jetzt fragen sich auch wieder viele, ja, aber wieso hat das keinen Einfluss auf den Bitcoin-Preis? Ja, ganz einfach, die institutionellen bezahlen normalerweise, gehen nicht via normale Coinbase-Exchange oder normale Bitpanda etc., sondern sie machen das sogenannte OTC-Trading, das Over-the-Counter-Trading. Das heisst, das ist der ausserbörsliche Handel, dort einige ich mich mit einem Käufer oder Verkäufer auf einen bestimmten Preis, sagen wir 10, 2 und dann kaufe ich entsprechend für, ich weiss nicht, 100 Millionen entsprechend Bitcoin ein. Das heisst, da riskiere ich nicht, dass der Preis irgendwie beeinflusst wird, das ist üblich, wenn die institutionellen einkaufen, vor allem bei Assets, die eben entsprechend sehr volatil unterwegs sind wie der Bitcoin. Also grundsätzlich positive News, es sieht wirklich gut aus, dass die institutionellen kommen, die Frage ist natürlich, werden sie einfach das Geld mal einlagen und mal abwarten auf einen tieferen Preis, auf einen höheren Preis oder sind sie jetzt bereits investiert und wollen grossflächig weitermachen. Wir bleiben aber bei Coinbase, denn Coinbase hat entsprechend auch noch schlechte Nachrichten. Die Passwörter von 3420 Kunden wurden im sogenannten Clear Text abgespeichert. Was ist Clear Text, fragt ihr euch jetzt sicher. Clear Text ist unverschlüsselt, das heisst, es wird einfach in einer Textdatei auf dem Server gespeichert. Das ist sehr wahrscheinlich einfach ein Fehler, ein Bug, ein Problem gewesen im System. Das haben sie jetzt aber bemerkt, haben diese 3420 Kunden bereits informiert. Das heisst, wenn du auf Coinbase tradest, wirst du wahrscheinlich eine E-Mail erhalten haben, wenn du unter diesen Kunden bist. Falls nicht, alles okay, einfach weitermachen. Aber zur Sicherheit empfiehlt es sich natürlich immer wieder, regelmässig die Passwörter zu ändern. Da noch ein kleiner Tipp. Benutzt eine Art Passwort Manager. Das ist ein Tool, eine App, die ihr auf Desktop und oder Mobile auch speichern könnt und dementsprechend immer pro Account ein Passwort generieren lassen könnt. Ihr könnt dann ein sehr komplexes Passwort generieren, weil der Passwort Manager merkt sich das Ganze. Das heisst, ihr müsst euch das nicht komplett selber merken, sondern könnt auch dementsprechend die Passwörter ändern. Weil es nur pro Account ist, ist es dann nicht super mühsam, wenn man dann, sagen wir, in 20 Accounts das gleiche Passwort hat, dass man dann bei allen 20 entsprechend das gleiche Passwort ändern muss. Das empfiehlt sich sowieso nicht. Pro Account, pro Plattform, pro Webseite idealerweise ein separates Passwort. Wir springen in die letzte News Story und das wird die Zcoin-Freunde freuen. Und ich weiss, die Zcoin-Leute wünschen sich auch eine Analyse. Die kommt auch bald. Und jetzt aber noch eine sehr spannende Nachricht. Und zwar über 5 Millionen Händler in Thailand akzeptieren nun Zcoin-Payments. Oder Zcoin-Zahlung. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, aber wie, was hat da Zcoin genau gemacht? Ganz einfach, Zcoin hat mit dem thailändischen QR-Code-System Satang-App eine Partnerschaft aufgebaut, bei welcher man eben entsprechend Zcoin bezahlen kann. Das System funktioniert ähnlich wie andere, ich sage mal, Kryptokarten oder Kryptokreditkarten. Man kann die Transaktion in Zcoin bezahlen. Die App bzw. das System versucht dann gleichzeitig oder in Real-Time, in Echtzeit das Geld umzuwandeln und zahlt das Ganze dann in thailändischen BAT. Und so werden euch dann Zcoin abgezogen. Der Händler kriegt thailändische BAT und das Ganze wird eben via Satang oder der Satang-Pro-Börse entsprechend, welcher auch reguliert ist übrigens, entsprechend umgewandelt. Eine sehr, sehr positive Sache, weil in Thailand etwa 50 Millionen Leute diese Satang-App entsprechend benutzen. Und das wird jetzt sehr spannend, das heißt, ich werde Zcoin ein bisschen näher beobachten die nächsten Wochen, hauptsächlich, weil ich wissen möchte, ob dadurch neue Nutzer gekommen sind oder ob dadurch die Zcoin-Nutzung entsprechend zugenommen hat. Jetzt auf einen Schlag eben 50 Millionen Nutzer zu bekommen, ist eine sehr gute Zahl, aber wenn kein Interesse von Nutzerseite vorhanden ist, dann bringen diese 50 Millionen Leute bzw. 5 Millionen Händler entsprechend auch nichts. Aber nichtsdestotrotz denke ich, eine positive Sache für Zcoin, für das Ökosystem, dass die Leute auch ein bisschen eine Sensibilisierung auf das Thema Krypto erhalten. Das war es von der heutigen Folge. Wie gesagt, morgen kommt noch die Analyse, sehr wahrscheinlich Holochain, außer ihr habt beim Voting, bei der Abstimmung entsprechend anders gestimmt, werde ich nachher bzw. morgen gleich noch anschauen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt auf meinem Kanal, entsprechend im Feed werdet ihr die Abstimmung finden. Da könnt ihr noch voten, auch kommentieren, falls ihr eine andere Krypto sehen möchtet, einfach unten als Kommentar schreiben. Das war es von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal und auch den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.